Mein Name ist Josefine. Ich bin schrecklich extrovertiert und habe eine alberne Schwäche für Flachwitze. Kennt ihr den schon? Seit zwei Jahren bin ich User Experience Designerin bei Europace. Was für eine Designerin? User Experience Designerin. Meiner Ma erkläre ich das immer so. Mama, wenn du die Trinkflaschen von deinen Enkelkindern nicht aufkriegst, dann ist das eine schlechte Nutzererfahrung. Nichts anderes mache ich den ganzen Tag in der Softwareentwicklung. Ich gucke mir an, warum diese verflixte Flasche nicht aufgeht, dann schaue ich mir fünf andere Omas an, wie die das machen und wir versuchen das Problem zu lösen. User Experience ist die Nutzererfahrung. Wir benutzen jeden Tag Dinger. Dein Toaster, dein Thermomix und deine Waschmaschine machen schon lange was mit dir. Entweder die Bedienung ist einfach und intuitiv, dann hast du eine gute User Experience, also eine gute Erfahrung. Wenn dieses Produkt dich frustriert, du verstehst nur Bahnhof, du weißt überhaupt nicht, wie du es benutzen sollst, dann hast du eine schlechte User Experience. Immerhin einfach unterstütze ich das Team dabei, die Perspektive des Nutzers einzunehmen. Wir schauen uns an, wie Berater und Kreditsachbearbeiter da draußen jeden Tag im Bereich Baufinanzierung arbeiten. Wir schauen uns das an, wir sammeln Erkenntnisse und diese Erkenntnisse teilen wir mit unseren Teams, mit Europays und heute mit euch. Thomas hat im Februar ein paar Zahlen präsentiert. Für die, die es nicht mehr wissen oder nicht mehr im Kopf haben, hier nochmal ein kleiner Recap. Er hat gesagt, eine Kreditentscheidung dauert heute circa fünf Tage. Wir haben unendlich viele Prozesse bei den Produktanbietern und wir wollen alle nur eine Baufinanzierung für unseren Kunden. Das große Ziel im Februar 2020 war, eine Kreditentscheidung in 48 Stunden herbeizuführen. Wir sind angetreten, den einfachsten Prozess für unsere Top 10 Produktanbieter zu schaffen. Wenn ich in den nächsten zehn Minuten von wir spreche, dann sind das Mike, Stefan, Pierre, Bianca, Nils, Fabian, Vanessa, Tanja und noch ein Haufen andere Leute, die Bock haben, den einfachsten Prozess für unsere Produktanbieter zu gestalten. Ihr werdet am Ende wissen, was ist Entscheidungsreife, tolles neues Wort, Transparenz und Verlässlichkeit. Ich nehme euch mit auf eine kleine Erkenntnisreise. Also nehmt euch was zu trinken, setzt euch hin. Für Prosecco ist leider noch ein bisschen zu früh, aber sieht ja keiner. Wir UX-Designer sind kleine Quälgeister. Wir fragen mehr als einmal, warum, wieso, warum machst du das so? Und deswegen hat mich am Anfang ganz doll interessiert, was bedeutet eigentlich einfach? Einfach, das sind Dinge, die man ohne viel Aufwand beliebig oft wiederholen kann. Und warum wollen wir einen Prozess schaffen, den ich beliebig oft ohne viel Aufwand wiederholen kann? Naja, wir wissen, dass Berater fünf Produktanbieter in ihrem Portfolio haben. Wir wissen auch, dass die Konvertierungsrate deutlich steigt, wenn ich mehr als fünf Produktanbieter im Portfolio habe. Warum habe ich dann nur fünf Produktanbieter im Portfolio? Naja, auch das ist relativ einfach. Die fünf Produktanbieter, die kenne ich. Ich habe vielleicht einen super Draht zum Kreditsachbearbeiter. Ich weiß ganz genau, worauf die Bank Wert legt. Es gibt keine Überraschung. Easy peasy lemon squeezy. Wir haben uns auch gefragt, ob unendlich viele Prozesse per se etwas Schlechtes sind. Ist es nicht, weil wenn ich meine vier bis sechs Prozesse habe, die alle unterschiedlich sind, dann kenne ich die aber. Dann weiß ich ganz genau, worauf die Bank Wert legt und ich habe den direkten Draht zum Kreditsachbearbeiter. Keine Überraschung. Das ist super. Da habe ich die Sicherheit und kann meinem Kunden, dem ich eine Baufinanzierung vermittle, genau die gleiche Sicherheit geben, die ich auch habe. Also, wir haben gelernt, was einfach ist. Nämlich, Dinge mit wenig Aufwand beliebig oft wiederholen können. Wir wissen auch, warum der einfache Prozess erstrebenswert ist. Nämlich, weil wir uns wünschen, dass man mehr als nur fünf Produktanbieter in seinem Portfolio hat, weil die Konvertierung dann steigt. Wir wissen auch, dass unterschiedliche Prozesse per se nichts Schlechtes sind. Jetzt kommen wir zur Kreditentscheidungszeit. Allein das Wort ist ein Monster. Wir messen die Kreditentscheidungszeit heute von der Annahme des Angebots in BaufiSmart bis zum ersten Mal, wo der Status gesetzt wird, Produktanbieter hat unterschrieben oder Produktanbieter hat abgelehnt. Haltet euch fest. Unsere Messpunkte sagen, die Kreditentscheidungszeit liegt aktuell bei 437 Stunden. Das sind 18 Tage. In 18 Tagen fliege ich nach Hawaii, lerne fließend Ukulele spielen, holen mir einen amtlichen Sonnenbrand und kommen wieder zurück. Aber das ist alle Produktanbieter über die ganze Zeit durchschnittlich auf der Plattform. Und ihr könnt uns heute schon dabei helfen, die Kreditentscheidungszeit zu senken, indem ihr den Status setzt. Und zwar zeitnah. Das ist das, was die Kreditentscheidungszeit gerade ein wenig hochreißt. Schaut man sich die schnelle Kreditentscheidung an, stellt man fest, dass wir das nicht einfach so schnell hinbauen können. Das geht nicht. Eine schnelle Kreditentscheidung wird beeinflusst von unterschiedlichen Faktoren. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Ein Antrag ist schneller zu entscheiden, wenn alle Informationen und Unterlagen dem Kreditsachbearbeiter für die Kreditentscheidung vorliegen. Ein Antrag ist schneller zu bearbeiten, wenn alle Beteiligten das gleiche Bild von der Finanzierung haben. Das bedeutet, das, was der Vertrieb in der Beratung feststellt, entspricht der Einschätzung des Kreditsachbearbeiters bei der Bank. Es kommt nicht zu Gegenangeboten und es wird auch keine Konditionsanpassung geben, wenn das der Fall ist. Ein Antrag ist schneller zu bearbeiten, wenn der Vertrieb und der Kreditsachbearbeiter wissen, in welchem Zustand sich der Antrag befindet. Ein Beispiel. Ein Berater nimmt ein Angebot in Baufi Smart an. Der Antrag landet in der Antragsübersicht oder im bankeigenen System. Der Kreditsachbearbeiter nimmt sich diesen Antrag. Er schaut rein, er stellt fest, keine Unterlagen, mache ich wieder zu, gucke ich mir morgen nochmal an. Am nächsten Tag guckt er sich den Antrag nochmal an. Schaut wieder rein, keine Unterlagen. Was tut er? Er schreibt auf, ich brauche die, 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 die Unterlage. Er schreibt eine E-Mail, er ruft an, er nutzt irgendeine Kommunikation. Der Berater auf der anderen Seite, der rechnet noch gar nicht damit, dass der Antrag bearbeitet wird. Der wollte sich nur in die Schlange stellen, weil er weiß, dass die Kreditentscheidung etwas dauert. Wir haben gelernt, dass eine schnelle Kreditentscheidung von unterschiedlichen Faktoren abhängt. Ich habe euch drei genannt. Die drei sind die Entscheidungsreife. Also alle Informationen und Unterlagen liegen dem Kreditsachbearbeiter vor, damit er eine Kreditentscheidung fällen kann. Die Transparenz. Der Kreditsachbearbeiter und der Vertrieb wissen immer, in welchem Zustand sich der Antrag befindet. Und die Verlässlichkeit. Das Bild der Finanzierung stimmt beim Vertrieb und beim Produktanbieter, also beim Kreditsachbearbeiter, überein. In Gesprächen mit den Produktanbietern haben wir herausgefunden, dass Kreditsachbearbeiter sich Anträge wünschen, die sie entscheiden können. Also alle Unterlagen und Informationen sind vorhanden, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Denn heute kann der Kreditsachbearbeiter nur raten, welcher Antrag so weit vorbereitet ist vom Vertrieb, dass eine Kreditentscheidung getroffen werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht wie im oben beschriebenen Beispiel die Nachforderungsmaschine an. Das heißt, der Produktanbieter kontaktiert den Vertrieb. Ich benötige noch die und die Unterlage, um meine Daten zu validieren. In meinen Beispielen kommunizieren Produktanbieter und Vertriebe per Telefon, per E-Mail oder nutzen irgendeinen anderen Kommunikationsweg. Das ist aufwendig, kostet Zeit und nervt manchmal. Die Kommunikation geht auch unter. Aktuell fehlt die Transparenz darüber, welche Unterlagen da sind, welche Unterlagen überhaupt gefordert sind. Wir reden nicht nur mit unseren Partnern, wir schauen auch in unsere Zahlen. Unsere Zahlen sagen, dass in ca. 80 Prozent der Fällen es zu einer Nachforderung kommt. Diese 80 Prozent sind heute nur Indikatoren. Das heißt, es sind keine validen Zahlen. Sie geben uns aber eine Richtung und diese Richtung sagt uns, in der Mehrzahl der Fälle gibt es eine Nachforderung. Die Unterlagen- Checkliste in BaufiSmart soll transparent machen, welche Unterlagen der Produktanbieter für einen Antrag benötigt. Von den Vertrieben kriegen wir immer wieder das Feedback, diese Liste ist nicht korrekt. Also wird der Liste auch nicht vertraut. Die Berater arbeiten nicht mit der Liste. Wenn Sie sich auf diese Liste nicht verlassen können, dann werden Sie immer bei Ihren Top 5 Produktanbietern bleiben, weil hier kennen Sie die Prozesse und Sie wissen, was der Bank wichtig ist. Sie werden niemals die 6 oder die 7 sich anschauen, weil Sie nicht wissen, was da passiert. Wenn Sie sich nicht auf die Unterlagenliste in BaufiSmart verlassen können, werden Sie keinen neuen Produktanbieter zu Ihrem Portfolio hinzuführen. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen? Na ganz einfach, wir lassen sie in unsere Produktentwicklung einfließen. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer eins. Wir hatten gelernt, dass Kreditsachbearbeiter sich Anträge wünschen, bei denen alle Unterlagen und Informationen vorhanden sind, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Heute können Sie die Anträge nicht auseinanderhalten. Welchen kann ich schon bearbeiten? Welcher ist noch nicht fertig? Ihr könnt heute über die Ereignisansicht in BaufiSmart dem Produktanbieter ein Signal senden und sagen, jawohl, ich habe alles fertig. Unterlagen, Daten sind in einer Form, in der du, lieber Kreditsachbearbeiter, eine Kreditentscheidung treffen kannst. Wir nehmen dieses Signal und übermitteln es in die Antragsübersicht in BaufiSmart oder ins bankeigene System. So kann der Kreditsachbearbeiter sich den Antrag aussuchen, den er bearbeiten kann und jetzt möchte. Beispiel Nummer zwei. Mit einem Feature in der Unterlagenakte schaffen wir Transparenz darüber, welche Unterlagen der Produktanbieter fordert, welche Unterlagen der Berater bereits hochgeladen hat und welche noch fehlen. Und das alles ganz automatisch. Ich erkläre es euch. Der Berater lädt Unterlagen in BaufiSmart hoch. Er geht in die Angebotsliste, klickt auf ein Angebot und kann sehen, ganz automatisch, welche Unterlagen habe ich schon, die auf dieses Angebot passen. Er sieht also ganz genau meinen Produktanbieter, den ich schon immer benutze. Bei dem fehlen noch Unterlagen, aber der Produktanbieter, der neu ist, bei dem habe ich schon alles. Dann könnte man ja rein theoretisch den Antrag gleich losfeuern. Das würde mich als Berater zum Grübeln bringen und sagen können, vielleicht versuche ich es mal bei dem. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann könnt ihr das Unterlagenteam im Showroom besuchen. Diese beiden Features sind nur einige Beispiele, wie wir die Entscheidungsreife und die Transparenz, also zwei Faktoren für eine schnelle Kreditentscheidung in unsere Produktentwicklung einfließen lassen. So machen wir Stück für Stück die Baufinanzierung einfacher. Mit jedem Feature lernen wir, schaffen neue Erkenntnisse und bauen diese wieder ein. Und diese Erkenntnisse lassen wir in die Produktentwicklung einfließen. Jedes neue Feature ist aber nichts ohne euer Feedback und eure Impulse. Also her damit und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, wir bleiben es auch.